Frederickshaven Frederickshaven ist eine am Kategat gelegene Hafenstadt in Nordjütland. Sie ist bei Urlaubern insbesondere wegen der sauberen Strände mit schwacher Brandung beliebt. Die Zahl der Übernachtungen in der Frederickshaven-Kommune, zu der auch die Ortes Kagen und Sebi gehören, liegt bei über einer Million jährlich. Viele nutzen die zahlreichen Ferienhäuser und Campingplätze. Trotz der relativ geringen Einwohnerzahl von 23.000 bietet die Stadt viele Freizeitaktivitäten. In der Umgebung liegen vielfältige Ausflugsziele, wie die Landspitze Gränen. Durch den Fährhafen sind Fahrten nach Göteborg und Oslo möglich. Erste Besiedlung seit vielen Jahrtausenden ist das Gebiet um Frederickshaven bewohnt. Die Lage am Kategat war entscheidend für die ersten Wohnplätze im Gebiet des heutigen Frederickshavens. So war Küstenfischerei möglich. Es gibt im Stadtgebiet archäologische Funde aus der Steinzeit und der Wikingerzeit. Unter anderem sind zahlreiche Grabhügel erhalten sowie Behausungen aus der Eisenzeit. Aus dem Mittelalter stammen zwei bekannte Schiffsfunde. Ein Schiff, welches in einem Fluss im Stadtgebiet gefunden wurde. Es wurde auf 1164 datiert und ähnelt in der Bauweise einem Wikinger-Schiff. Man kann es im Bangsburg-Museum betrachten. Ein weiteres Schiff, datiert auf 1346, wurde in der Mündung des Ehrling A. Metring gefunden. Es entstanden Herrenhäuser, wie der Bangsbo Herigard aus dem 14. Jahrhundert, in dem heute ein Museum eingerichtet ist, und der Kniefold Herigard, welcher für zahlreiche Großveranstaltungen, wie Konzerte, genutzt wird. Aus dieser Zeit stammen die ersten Kirchen, deren Türme oft gleichzeitig als Seezeichen dienten. Fladstrand Fredericksheffen ging aus der Fischersedlung Fladstrand hervor. Die noch erhaltenen Hüttenfiskerklüngen sind noch erhalten und sehenswert, sie stammen aus dem 16. Jahrhundert. Es entstand ein Hafen, welcher vor kriegerischen Auseinandersetzungen, unter anderem dem Dreißigjährigen Krieg, 1618 bis 1648, und dem Nordischen Krieg, 1674 bis 1679, geschützt werden musste. Es entstanden im 17. Jahrhundert die noch heute erhaltenen Verteidigungsanlagen Nordrisskanze und Krutarnet. Nicht mehr erhalten es die südlich liegende Söndrisskanze. 1681 wurde die Zollverwaltung angesiedelt, 1690 erhielt Fladstrand eine eigene Kirche. Im Großen Nordischen Krieg, 1709 bis 1720, nutzte Peter Wessel Fladstrand als Ausgangsbasis für erfolgreiche Schlachten. Diese werden auf dem jährlichen Stadtfest, dem Tordenskloll-DTA-Gen nachgespielt. 1810 bis 1812 wurde ein Kriegshafen geschaffen. Fladstrand wird zu Fredericksheffen Fladstrand wuchs schnell und wurde durch den befestigten und militärisch gesicherten Hafen zu einem wichtigen Handelsplatz in Nord-Dänemark. 1818 erhielt Fladstrand durch König Friederik Wai die Kaufstaatsrechte und wurde in Fredericksheffen umbenannt. Ab 1852 erhielt Fredericksheffen ein Fährhafen, 1871 wurde die Bahnanbindung mit Normalspur geschaffen. Mit Einsätzen der Industrialisierung in Dänemark wurde der Hafen erweitert und Werften mit Zulieferbetrieben gegründet. Durch die zugezogenen Arbeiter verdoppelte sich von 1870 bis 1890 die Einwohnerzahl Fredericksheffens. Die bestehende Fladstrandkirke wurde zu klein, sodass 1890 bis 1892 eine deutlich repräsentativere Kirche mit über 1100 Sitzplätzen errichtet wurde. Fredericksheffen in den Weltkriegen Im Ersten Weltkrieg waren etwa 300 Soldaten in Fredericksheffen stationiert, welche die Kategat-Küste schützen sollten. Dazu wurden Verteidigungsanlagen am Hügel-Piekerbacken angelegt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Fredericksheffen 1940 von deutschen Truppen besetzt. Diese errichteten Bunker und Verteidigungsanlagen am Piekerbacken und am Nordstrand. Der Hafen wurde als Basis von Kriegsschiffen genutzt, die in Schlachten auf dem Skagerag und gegen Norwegen eingesetzt wurden. Westlich von Fredericksheffen wurde ein Flugplatz angelegt. Am Hafen und rund um die Stadt baute man zahlreiche Bunker, Panzergräben und Minensperren. Fredericksheffen erhielt den Status eines Verteidigungsbereichs. Lediglich drei andere Städte in Dänemark erhielten diesen Status. Generalfeldmarschall Rommel inspizierte 1943 die Anlagen in Fredericksheffen. Von den 350 Anlagen in Stadtareal von Fredericksheffen sind heute noch etwa 250 erhalten und können im Banksbo fortbesichtigt werden. Im Mai 1945 wurde Dänemark durch britische Truppen befreit. Die Folgen des Krieges sind auch auf dem Friedhof der Fladstrandkirke zu sehen, auf dem sich zahlreiche Kriegsgräber befinden. Fredericksheffens neuere Geschichte Nach dem Krieg setzte Fredericksheffen sein Wachstum fort. Der Marinehafen wurde erweitert, oft sind die königliche Jadanebrock, das Segelschulschiff oder die grönländischen Eisbrecher zu sehen, welche Fredericksheffen als Heimathafen haben. In den 80er Jahren geriet die Werftindustrie in eine Krise, zudem ging durch Abschaffung des zollfreien Einkaufs auf den Fähren in den 90er Jahren der Tourismus zurück. Dies hatte einen rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit zur Folge. Als Gegenmaßnahme wurde versucht Anreize für Tourismus und Handel zu setzen, so der Ausbau der Fußgängerzone. Das Krankenhaus wurde ausgebaut und ist heute eines der größten in Norddänemark. Die Werftindustrie konnte wieder belebt werden, teilweise baut man heute in den Werften auch Windkraftanlagen. Der Hafen bietet heute wieder etwa 1800 Arbeitsplätze. Mit dem Flugzeug der nächste große internationale Flughafen ist er in Schweden. Von Göteborg kommt man in zwei Stunden mit der Fähre nach Fredericksheffen. Das naheliegende Aalborg besitzt einen, der mehrmals täglich von skandinavischen Fluggesellschaften aus Kopenhagen, Oslo und anderen skandinavischen Städten angeflogen wird. Von den meisten Flughäfen in Deutschland ist Aalborg hauptsächlich mit SAS über Kopenhagen zu erreichen, alternativ mit KLM über Amsterdam. Vom Flughafen Aalborg gelangt man mit Bus und Bahn oder die Autobahn in etwa 45 Minuten Fredericksheffen. Mit der Bahn die meisten Bahnverbindungen von Deutschland aus erfordern mehrfaches Umsteigen. Von Hamburg aus beträgt die kürzeste Verbindung etwa acht Stunden, wobei man in Aalborg umsteigen muss. Es verkehren nur Regionalzugverbindungen der Nordjöske Järmbahner nach Skagen und nach Aalborg. Auf der Straße mit dem Auto kommt man über die Überahus, 182 Kilometer, und Flensburg, 363 Kilometer. Von Hamburg sind es etwa 510 Kilometer. Skagen, 40 Kilometer, ist über die Primärroute, Ring, 33 Kilometer, ist über die Primärroute erreichbar. Die Margueritenroute, welche über 1000 Sehenswürdigkeiten Dänemarks auf einer landschaftlich attraktiven Strecke verbindet, führt durch Fredericksheffen. Mit dem Schiff die Stadt hat einen großen Hafen, von dem aus Fähren nach Norwegen und Schweden fahren. Es fährt auch eine kleine Fähre auf die Insel Les Sœux. Bis zu sechs Überfahrten täglich in der Hauptsaison. Mit der Schnellfahrt sind es zwei Stunden Fahrtzeit, mit den konventionellen Schiffen 3,5 Stunden. Es gibt regelmäßig günstige Angebote für Tagestouren nach Göteborg. Die Fahrt mit auf der Strecke Les Sœux, Fredericksheffen dauert 90 mindestens. Die Hirsholmänner Inseln sind täglich durch eine Postschiffverbindung erreichbar. Die Hirsholmänner Inseln sind täglich durch eine Postschiffverbindung erreichbar. Mit dem Fahrrad der internationalen Nordseeküstenradweg, Engel-Nuors-Sea-Cycle-Route, Eurovelo 12, führt auf seiner Strecke rund um das Meer auch durch, genauer, um Fredericksheffen herum. In diesem Abschnitt, Skagen, Grinna, ist er als Östkistrouten, die dänische Nationalroute 5, ausgeschildert. Der Radweg verläuft in der Region hauptsächlich auf asphaltierten Radwegen in meist unmittelbarer Nähe der Primärroute 40. Eine weitere internationale Radroute, die die Stadt durchquert, ist die sogenannte Pilgerroute, Engel-Pilgrimsroute, e.V. Sie beginnt in Trondheim, Norwegen, und verläuft über Schweden und später Deutschland und Frankreich ins spanische Santiago de Compostela. Reisende, die die gesamte Strecke fahren, landen nach einer Fährüberfahrt aus Göteborg hier. Die Route führt nach ein paar Kilometern weiter als Herr-Face-Routen, DT. Ochsenweg, über Aalborg nach Flensburg. Zu Fußwanderer führt der Norsia-Trail bzw. Nordsorstein, der Nordseeküstenwanderweg durch Fredericksheffen. Im Süden tritt der Weg bei Bengtsbostrand auf das Stadtgebiet und führt entlang des Bangsbo-Park, dem Seesporthafen, durch die Fußgängerzone Dänmarksgade, dem Pulverturm, der Nordrisskanze und dem Palmenstrand nach Strandby im Norden. Mobilität Fredericksheffen besitzt ein sehr gut ausgebautes Netz an Fuß- und Radwegen, welche barrierefrei nutzbar sind. An der Touristinformation sind Fahrräder gegen Pfand ausleihbar. Die acht Stadtbuslinien, Nordjütländische Verkehrsgesellschaft, verkehren meist im Stundentakt. Knotenpunkt dieser Busse ist am Rathaus. Linie 1, Zentrum, Ringfei, Odin 2, Sünson 2, Zentrum. Linie 2, Zentrum, Sügehuset, Aarhusgade, Engparken, Westerport, Zentrum. Linie 3, Zentrum, Eug, Möllehuset, Bengtsbostrand, Niholmstrand, Zentrum. Mit dieser Linie gelangt man zum Bangsbo-Museum und Bangsbo-Fort. Linie 4, Zentrum, Nordstrand, Palmestranden, Sindall und, Kniefoldfei, Kogtfettwei, Zentrum. Mit dieser Linie gelangt man an den Palmenstrand und den Rönanne-Häfen. Linie 5, Zentrum, Westerport, Engparken, Friedenstrand, Zentrum. Linie 11, Zentrum, Ringfei, Ravenshöig, Wessel, Skerum, Zentrum. Linie 12, Zentrum, Geminassiet, Sügehuset, Elling, Strandby, Zentrum. Linie 13, Zentrum, Eug, Bengtsbostrand, Hörby, Fangen, Haltberg, Zentrum. Linie 973X, Friederiksheffen, Arlborg. Linie 73, Friederiksheffen, Sebi, Jallerup, Arlborg. Linie 77, Friederiksheffen, Österva, Bröndersleff. Linie 225, Bengtsbostrand, Friederiksheffen, Helmölle, Lendum, Sindall. Linie 228, Friederiksheffen, Moosbjerg, Sindall. Aussicht Piekerbacken-Aussichtspunkt mit Infotafeln im Süden Friederiksheffens gelegen. Er liegt direkt am Bangsbo-Park und ist zu Fuß vom Möllehuset erreichbar. Dort stehen genügend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Auto kann der Piekerbacken nur schwer über einen Waldweg direkt angefahren werden. Der Öxnepjerk ist ein schöner Aussichtspunkt zwischen Friederiksheffen und Sebi. Er liegt etwa 100 Meter über Nen. Er ist als Rastplatz am Unterstedtwei ausgebaut. Der Ble ist ein Aussichtspunkt in der Nähe des Vorortes Tolne. Er liegt in einem Waldgebiet. Kirchen 1690 erhielt Friederiksheffen, damals noch Flatstrand, die Flatstrandkirke als erste Kirche. Sie ist weitestgehend erhalten, erhielt wegen Holzwurmbefalls im Jahr 2008 eine weitreichende Renovierung. Seitdem hat sie einen modernen Altar aus einem Block schwarzem Granit. Das Altarbild ist im modern-naiven Stil vom finnischen Künstler SeppomatInnen erstellt worden. Auf der einen Seite der Kirche befindet sich ein Gosser Park, auf der anderen einer der zentralen Friedhöfe Friederiksheffens. Die Kirche ist werktags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Die Friederiksheffenkirke ist die größte Kirche Friederiksheffens und bietet 1100 Besuchern Platz. Sie wurde 1890 bis 1892 erbaut, da die bisherige Flatstrandkirke zu klein wurde. Sie besitzt ein Altarbild, welches Jesus mit seinen Jüngern am See Tiberias zeigt. Der Künstler Michael Anker war allerdings nie in Israel, so vermittelt das Altarbild den Eindruck, einen dänischen Strand abzubilden. Die Orgel besitzt 37 Register, im Sommer werden an Samstag hingegen Mittag kostenlose Konzerte angeboten. Die Kirche ist werktags von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, im Sommer bis 16 Uhr. Gottesdienste finden immer sonntags um 10 Uhr statt. Die Erlingkirke ist eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert in dem Vorort Erling. Sie besitzt die typischen Elemente dänischer Kirchen, wie die Stufengebel, gekalkte Wände und das rote Ziegeldach. Die Kirche ist werktags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, Gottesdienste finden sonntags abwechselnd um 9 Uhr 30 und 11 Uhr statt. Die Strandbykirke ist eine moderne Kirche im Fischerort Strandby. Ihre Form erinnert an ein Fischkutter. Der Architekt J. Blackfart nahm die Kirche Notre-Dame-du-Hauterunscham von Le Corbusier als Vorbild. Die Kirche ist werktags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, Gottesdienste finden sonntags abwechselnd um 9 Uhr 30 und 11 Uhr statt. Verteidigungsanlagen Im Norden Fredericksheffens befindet sich die Nördreskanze, eine 1627 bis 1629 errichtete Verteidigungsanlage. Sie ist jederzeit für Besucher zugänglich. 1690 wurde der Krutarnet, Deutsch, Pulverturm, eingeweiht, er diente dem damaligen Flatsch-Trand zur Verteidigungsanlage. In den 70er Jahren wurde der Turm um 270 Meter versetzt, ihm für die Erweiterung des Hafens Platz zu machen. Heute ist ein Museum darin eingerichtet. Denkmäler und Skulpturen Der Bolten, D.T. Bolzen, ist eine moderne Eisenskulptur des Künstlers Bernheble, welchen 1986 geschaffen wurde. Sie ist etwa vier Meter hoch und stellt eine Schraube mit Mutter dar. Ursprünglich war eine Uhr darauf angebracht. Der Bolzens Steenheff, D.T. Bolzens Steingarten, ist eine Sammlung historischer Steinfunde, welche durch den Autor Johannes Bolzen eingerichtet wurde. Die ältesten Steine stammen aus der Zeit 3000 v. Christus, enthalten sind unter anderem Mühlsteine und Taufbecken aus dem Mittelalter. Die Sammlung befindet sich in der Nähe des Botanischen Gartens von Banksbo. Die Breisterne, D.T. Brüste, sind fünf moderne halbkugelförmige Skulpturen aus Bruchsteinen mit Springbrunnen. Sie befinden sich am Durchgang vom Rathaus zur Fußgängerzone. Die Fiskanne, D.T. Die Fischer, ist eine Steinskulptur des dänischen Künstlers Hans W. Larsen. Sie befindet sich an der Einfahrt zum Fischereihafen. Das Friheitsmonumentet, D.T. Freiheitsdenkmal, ist ein von Sven Bovin geschaffenes Granitrelief, welches zwei Freiheitskämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt, die einen Verwundeten tragen. Der Löwebrunnen, D.T. Löwenbrunnen, ist ein von dem Architekten Torwald Bindesböll, 1846 bis 1908, entworfener Springbrunnen im Hof des Banksbo Herrenhaus. Das Minnet des Merket vor Isbats Olycken, D.T. Denkmal des Eisbrecherunglücks, erinnert an vier Marinesoldaten, die bei einer Rettungsaktion im Februar 1956 ihr Leben ließen. Sie retteten vier Jungen, die auf das Eis der Ostseffer Frederikshefen liefen, das Leben. Der Steenbitterfontänen, D.T. Seehasenbrunnen, ist ein von Sven Bovin geschaffener Springbrunnen auf einem Platz am nördlichen Ende der Fußgängerzone. In dessen Mitte befindet sich eine etwa zwei Meter hohe Steinskulptur eines Seehasen. Das Denkmal für den Nationalheld Hordenskolt, Peter Wessel, steht auf dem Fisketod, D.T. Fischplatz. Es wurde von Paul Erland im Jahr 1990 im Zusammenhang mit der Erweiterung der Fußgängerzone geschaffen. Der Tubarbläsern, D.T. Tubarbläser, ist eine bronze Skulptur eines sitzenden Tubarbläsers gegenüber dem Rathaus. Sie wurde von dem 1931 geborenen Künstler Arne Ranslett erstellt. Der Winden ist eine moderne Skulptur aus Schiffsstall im Zentrum von Frederikshefen und weckt Assoziationen an Muscheln. Die Skulptur wurde von dem 1935 geborenen Freddy Freak entworfen. Museen Das Bangsbo-Museum zeigt ein originals Wikinger-Schiff, enthält Ausstellungen über das Leben im 19. Jahrhundert sowie während der Besatzungszeit und Frederikshefen und Umgebung. Das Bangsbo-Fort ist ein Museum, welches Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg enthält. Der Kniefold Hohlgar ist ein Herrensitz, welcher auf das 14. Jahrhundert zurückgeht. Auf dem Gelände finden regelmäßig Konzerte und Märkte statt. Straßen und Plätze Die Fiskarklüngen sind der älteste Stadtteil Frederikshefens, welcher aus kleinen gelben Fischerhäusern besteht. Die Dänmarksgade ist eine Fußgängerzone mit einer Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants. Im Südenende zieht sie am Fisketod. Insbesondere an Samstagen treten dort Musikgruppen auf. Von dem Platz führt die Söndergade die Fußgängerzone nach Süden fort, nach Osten führt die Hefenegete als Fußgängerzone zur Touristinformation. Parks und Naturgebiete Zu der Ostseite des Bangsbo Museum liegt der Botanische Garten. Er ist ca. 4 Hektar groß und ganzjährig für die Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich. Im Westen grenzt ein Wildpark an. Darin befindet sich auch ein Naturspielplatz und ein Trimdichpfad. Über einen Wanderweg gelangt man in den Pfandfaxkow, DT. Wasserwerkswald, an dem der Aussichtsturm Klosternit liegt. Im Norden schließt das Naturschutzgebiet Astet Adela an, durch das drei Wanderrouten unterschiedlicher Länge führen, die sich miteinander verknüpfen lassen, gelb 3,3 km, rot 4,2 km, blau 5,3 km. Der Flatschtransparken ist ein 1,5 Hektar großer Park westlich der Fiskarklüngen. In dem Park liegt die Flatschstrandkirke, dort befinden sich Parkplätze. Etwa 6 km nordöstlich von Frederikshäfen liegt die Inselgruppe Hirsholmene, die unter Naturschutz stehen. Die Inselgruppe ist täglich durch ein Postboot erreichbar. Kultur mit der Arena Nord und DT Musiskahus verfügt Frederikshäfen über zwei moderne Veranstaltungssorte. Angeln durch die salzhaltige Nordsee, das weniger salzige Kattegat und zahlreiche Flüsse und Seen gibt es eine große Vielfalt von Fischarten in dieser Region. Beliebt ist das Angeln auf den Hafenmohlen zum Beispiel der oder der Mohledes. Dort lässt sich Scholle, Dorsch, Makrele, Hornhecht und Meerforelle fangen. Gut möglich ist der Fischfang auch an den Stränden, insbesondere an Ausläufen von Bächen und Flüssen wie dem Rackholm-Armetring am Brattenstrand besteht teilweise Angelverbot. Möglich ist das Angeln am. Eine Angelerlaubnis ist im Touristbüro erhältlich. Radfahren in Frederikshäfen existiert ein gut ausgebautes Radwegenetz. In der Innenstadt sorgen getrennte Radwege für entspanntes Fahren. Die Grönertour ist eine 60 Kilometer lange Fahrradroute, welche in der Natur zu Herren sitzen, Vogelbeobachtung stürmen und ein weites Stück entlang der Küste führt. Radwanderkarten und Leihräder sind im Touristbüro erhältlich. Schwimmen gerade in den Sommermonaten sind die vielen sauberen Sandstrände von Frederikshäfen beliebt. Gerade durch viele Sandbänke ist die Strömung mäßig und daher sehr gut für Familien mit Kindern geeignet. Die Strände werden in der Wasserqualität geprüft und erhielten in den letzten Jahren immer die blaue Flagge. Von Rettungsschwimmern wird der Palmenstrand bewacht. Wassersport Während der Frederikshäfen-Häfen aufgrund der Berufsschifffahrt für den Wassersport gesprärt ist, finden sich entlang der Küste mehrere Seesport-Häfen. Einen halben Kilometer südlich der Innenstadt liegt die Einen Kilometer nördlich der Innenstadt direkt am Palmenstrand liegt der Das nördlich von Frederikshäfen gelegene Vorort-Strandby verfügt über einen Seesport- und Fischereihafen. Der in der Nähe von Ferienhausgebieten gelegene Hafen des Ortes Strandby verfügt über 180 Liegeplätze mit einem Tiefgang von bis zu 4,5 Metern. Sanitäranlagen, Waschraum, Wasser- und Stromzufuhr für Boote, Versorgung mit Betriebsmitteln, Kiosk und Restaurants sind vorhanden. Direkt am Hafen befindet sich ein Supermarkt sowie eine Tankstelle. Ein Bahnhof mit Zugverbindungen nach Frederikshäfen und Skagen ist 500 Meter entfernt. Weitere beliebte Häfen findet man in den Orten Sebi und Skagen. Wassersport-Zubehör ist unter anderem erhältlich im Die Küste lässt sich gut mit dem Seekajak befahren. Die stadtnahen Flüsse sind mit Kanus nicht fahrbar. Dafür eignen sich der Föhr-Armedring und der Oga-Bü-Armedring, auf dem auch lange Touren möglich sind. Veranstaltungen Zu Beginn der Sommerferien finden die Tordenskjöl-Stage in Gedenken an die Seeschlacht des Peter Wessel gegen Schweden statt. Die Seeschlacht wird im Rahmen eines Volksfestes rund um den Pulverturm nachgestellt. Der Cup No. 1 ist ein internationales Fußballtonier für Jungen- und Mädchenmannschaften. Jährlich nehmen etwa 7.000 Jugendliche daran teil. Einkaufen Die Fußgängerzone von Frederikshäfen erreicht eine Gesamtlänge von etwa einem Kilometer. Der längste Teil, die Dänmarksgade endet im Süden auf dem Fisketod, einem Platz auf dem samstags oft Musiker auftreten. Von dort zweigen die Hefenigette in Richtung Hafen, die Rimmensgade in Richtung Rathaus und die Sündergade weiter in Richtung Süden ab. In der Fußgängerzone finden sich verschiedene Läden und Restaurants. Insbesondere das Angebot an Haushaltswarenläden und Sportgeschäften ist groß. Die Geschäfte in der Fußgängerzone sind meist in der Zeit von Montag, Freitag 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Etwas nördlich des Fisketod zweigt die Rimmensgade mit vielen Restaurants ab. Etwa in der Mitte der Dänmarksgade befindet sich der Kirke Platzen. Dort findet am ersten Samstag im Monat, in der Hochsaison mehrmals, ein Markt statt. Durch den Fährverkehr gelangen viele Schweden und Norweger nach Frederikshäfen, welche die im Vergleich zu ihren Heimatländern günstigen Preise für Spirituosen nutzen. Frisch im Kattegat gefangenen Fisch erhält man entweder direkt beim Fischer oder G. Lebensmittel sind in den zahlreichen Supermärkten und Disko-Untern erhältlich, welche auch sonntags geöffnet haben. Diese findet man unter anderem am G. Skagensfei und Ringfei. Die größten Supermärkte sind Küche Viele Speisekarten sind durch lokale Waren, vor allem dem Fisch, bestimmt. Dort werden vor allem Dorsch, Hering, Lachs, Schollen sowie Krabben und Muscheln aus dem Limfjord. Typisch sind die an Wäscheleinen getrockneten Schollen. Regionale Spezialitäten sind ebenfalls sehr süße Kuchen mit viel Zimt, große Eiswaffeln, während Becher eher unbekannt sind, sowie das Siedesalz von der Insel Lesö, worauf viele Speisekarten verweisen. Viele Restaurants befinden sich in der Fußgängerzone, wo hingegen Cafés eher selten sind. Mittel Nachtleben Die Friedrichshauner Fußgängerzone ist durch das Beleuchtungskonzept auch abends sehenswert, doch auch an Wochenenden bleibt es hier nachts eher ruhig. Die Dänen bevorzugen es, privat zu feiern und gehen eher selten aus. Campingplätze Westlich von Friedrichshafen besteht die Möglichkeit auf einem Naturzeltplatz zu übernachten. Mehrere Schelter mit Kochsteller und Toiletten sind vorhanden. Ferienhäuser entlang der Küste von Friedrichshafen liegen mehrere Ferienhausgebiete, deren autofreien Sandstrände sich aufgrund des sauberen Wassers und der nur flach abfallenden Tiefe besonders für Familien anbieten. Auch in der Hochsaison ist an den Stränden viel Platz. Das Ferienhausgebiet Kehret liegt ca. 2 km von der Stadtmitte entfernt direkt am Nordstrand. Hier stehen vor allem kleinere Ferienhäuser. Das größte Ferienhausgebiet der Stadt, der Brattenstrand, befindet sich 7 km nördlich von Friedrichshafen, zwischen den Ortschaften Strandby und Jerob. Neben einem kleinen Kaufmann befindet sich in der Mitte ein großer Spielplatz. Ferienhäuser gibt es in diesem Gebiet in allen Kategorien und Größen. Weiter nördlich, in der Mitte zwischen Friedrichshafen und Skagen liegt Nabstjerd, welches mit nur ca. 250 Ferienhäusern ruhig gelegen ist, jedoch nur 1 km von Albeck entfernt ist. 14 km südlich von Friedrichshafen, 5 km südlich der Ortschaft Sebi liegt Lünxerstand mit einem sehr breiten Sandstrand. Neben Ferienhäusern in allen Kategorien bietet es auch Häuser für große Gruppen. Das Mieten von Ferienhäusern ist unter anderem möglich bei Gehobendes Vier-Sterne-Hotel liegt im Zentrum Friedrichshafens mit Aussicht über dem Hafen. Es bietet 79 Zimmer unterschiedlicher Kategorien. Farbfanseer mit Sky und Super Channel auf jedem Zimmer. Das Hotel verfügt auch über einen englischen Pub, sowie ein Restaurant im Obergeschoss mit Aussicht über den Hafen und das Kategat. Das Vier-Sterne-Hotel Deriv liegt an der Fußgängerzone von Friedrichshafen. Es verfügt über 213 Zimmer, davon 14 Suiten, Restaurants und ein Spaßbad in karibischer Optik. Lernen Die nächste Universität befindet sich in Aalborg. In Friedrichshafen befinden sich Abendschulen mit vielfältigem Kursangebot. Arbeiten Informationen zu Stellenangeboten sind erhältlich beim Jobcenter Friedrichshafen, Rathus Allee 100, 9900 Friedrichshafen, TLF, plus 45, 98, 455600, Montag, Dienstag 10 Uhr bis 15 Uhr, Donnerstag 10 Uhr bis 17 Uhr, Freitag 10 Uhr bis 14 Uhr. Sicherheit Friedrichshafen hat eine geringe Kriminalitätsrate. In der Stadt befinden sich ganztägig besetzte Polizei, Feuerwehr und Rettungswachen, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind über die landesweiten Notrufnummer 112 erreichbar. Polizei, Politi, Skippergaden 19, 9900 Friedrichshafen, für nicht dringliche Angelegenheiten unter der Telefonnummer 114 erreichbar. Rettungswache, Falk, Ringfei 134, 9900 Friedrichshafen, Feuerwehr, Friedrichshafen Brandwesen, H.C. Örstedzweg 35, 9900 Friedrichshafen, Gesundheit Vorherige telefonische Anmeldung notwendig Praktische Hinweise Öffentliche Toiletten befinden sich an der Touristinformation, in der Fußgängerzone am Kall 2 sowie im Bahnhof. Waschsalons befinden sich im Bar Fritzfei 32 und im Hanbeckwei 61. Der Bannendienst wird unter anderem von der Firma Falk angeboten, diese ist unter der Nummer 33 13 75 55 erreichbar. Der Bannendienst wird unter anderem von der Firma Falk angeboten, diese ist unter der Nummer 33 13 75 55 erreichbar. Die Postleitzahl für Friedrichshafen ist 9900. Das Postamt befindet sich in dem Fakta-Supermarkt, Söndergade 16. In der Bibliothek stehen kostenfreie Internetarbeitsplätze zur Verfügung. In der Bibliothek, mehreren Fastfood-Restaurants und Tankstellen sowie im gesamten Hafengebiet befinden sich frei zugängliche WLAN-Hotspots. Richtung Norden folgt man der Primärroute 40, so gelangt man entlang der Ostseeküste nach Skagen. Diese Kleinstadt gehört seit der Kommunalreform 2007 zu Friedrichshafen. Es ist der nördlichste Ort Dänemarks. In Sommermonaten verdrei- bis vervierfacht sich die Bewohnerzahl durch Touristen, die sich durch die malerischen Gassen schlängeln. Der Yachthafen ist dann zu jeder Tages- und Nachtzeit belebt. Hier befinden sich kleine rote Fischerhütten mit Fischrestaurants in unterschiedlichen Preiskategorien. Nur wenige Kilometer weiter nördlich befindet sich Gränen, die nördliche Spitze von Dänemark. Hier treffen Kategat und Skagerak aufeinander. Schwimmen sollte man hier aufgrund der gefährlichen Strömungen allerdings nicht. Die Primärroute 40 sowie Radwege führen hierhin. Doch etwa zwei Kilometer vor dem Ziel müssen Auto oder Rad aufgrund des Sandes abgestellt werden. Genügend Parkplätze stehen zur Verfügung. Personen, die nicht am Strand bis zur Spitze laufen möchten, können den Sandormen, einen Trecker mit Passagierwagen, nutzen. Die Nordspitze verformt sich ständig, im Laufe der Jahre ist sie durch Strömungen länger geworden. Da diese Strömungen immer eine Gefahr für die Seefahrt darstellten, mussten Seezeichen errichtet werden. Drei davon können in Skagen besichtigt werden. Das Wipfür ist eine Holzkonstruktion auf einem Hügel in Strandnähe. Nachts wurde ein Korb mit Brennholz daran hochgezogen. In direkter Nähe befindet sich das Wirfür. Dem ersten Leuchtturm. Der heutige Leuchtturm, das Grafür, steht etwa einen Kilometer weiter nördlich. Von dort hat man eine gute Aussicht über die Nordspitze samt des Regenschiffsverkehrs um die Nordspitze von Dänemark. An der Westküste befindet sich der malerische Orthöien bzw. Glemelskagen, DT. Altes Skagen, mit kleinen gelben Häusern mit rot-weißen Dächern. Aufgrund der Lage mit mehr zu drei Seiten Skagens, herrschen besondere Lichtverhältnisse, die viele Künstler nach Skagen zogen. Noch heute befinden sich in Höhingen zahlreiche Galerien. Die Lichtverhältnisse sollen nur im norwegischen Asgardstrand ähnlich sein. An der Straße zwischen Frederiksheffen und Skagen liegt in einem Wald in Tilsonde de Kierke, DT. Die versandete Kirche. Kräftige Sandstürme sorgten dafür, dass 1775 der Eingang der um 1300 errichteten Kirche ständig freigeschaufelt werden musste. 20 Jahre später gab man die Kirche schließlich auf und das Kirchenschiff wurde abgerissen, nur der Turm ragt heute noch aus den Sandmessen heraus. Weiter westlich bewegt sich die Wanderdünnerer Bergmal pro Jahr etwa 15 Meter vorwärts. Es ist ein etwa 120 Hektar großer und 40 Meter hoher Sandhügel, der etwa um das Jahr 2150 die Ostsee erreichen wird. Richtung Osten sieben Kilometer westlich vor Frederiksheffen liegt die aufgrund seltener Vogelarten unter Naturschutz stehende Inselgruppe Hirsholmene, deren Hauptinsel Hirsholm betreten werden darf. Die Inseln sind auch mit einer kleinen Fähre erreichbar. Auf Hirsholm befinden sich neben 17 Häusern eine kleine Kirche und der 1886 errichtete Leuchtturm. Mit den Fähren der Stenalein lassen sich bequem Tagestouren in das schwedische Göteborg unternehmen. Die Fähren gelangen durch den Scherengarten direkt in die Innenstadt, welche von Kanälen durchzogen ist. Ein Ticket für eine Tagestour, hin zurück, ist meist für etwa 100 DKR erhältlich. Mit einer Fähre ist auch die 27 Kilometer südwestlich gelegene Insel Lesö in 90 Minuten erreichbar. Die von etwa 1800 Menschen bewohnte Insel ist unter anderem aufgrund der Siedesalzproduktion und dem Fang von Kaisergranat, Nephrops Norwegikus, lokal, Jom-Fruhümer, bekannt. Richtung Süden-Südlich von Frederikheffen befindet sich die Kleinstadt Sebi, welche in den Sommermonaten durch den Yachthafen belebt ist. Sehenswert ist die mit Kalbmalereien verzierte ab 1460 errichtete Marienkirche. Weiter südlich befinden sich zahlreiche gut erhaltene Schlösser. Im Sebi-Gard ist heute ein Museum eingerichtet. Im Furgard-Slot finden einmal im Jahr Mittelalter Tage statt. Im Droning-Lund-Slot ist ein Hotel eingerichtet, während die Schlosskirche weiter als Pfarrkirche genutzt wird. Etwa eine Dreiviertelstunde benötigt man mit dem Auto bis zur viertgrößten Stadt Dänemarks, Aalborg. Die Stadt liegt am Limfjord, welcher das dänische Festland durchzieht. In Aalborg befinden sich ein Zoo, ein kleiner Vergnügungspark Karolinenlund und eine 2014 fertiggestelltes Konzert- und Opernhausmusikenshus. Richtung Westen 40 Kilometer nordwestlich von Frederiksheffen liegt die Hafenstadt Hirtschals. Hier fahren täglich Fähren nach Norwegen aber auch den Fährüern und Island ab. Die Stadt ist bekannt für das. An der Westküste befindet sich eine weitere Wanderdünne, Rubjagknute. Die Düne bewegt sich deutlich weniger, als die Rabjagmeil, doch ist sie dadurch beeindruckend, dass ihre Kante steil zum Meer abfällt. Den Leuchtturm Rubjagfö hat die 1900 Meter lange, 400 Meter breite und etwa 100 Meter hohe Düne mittlerweile umschlossen. An vielen Stellen an der Westküste brechen Teile des Landes ab und stürzen in die Nordsee. So auch an der Marupkirke. Teile des Friedhofes sind bereits in das Meer gestürzt. Die mittelalterliche Kirche wird nach und nach abgetragen und wird eventuell an anderer Stelle neu errichtet. Unweit befindet sich das. Weiter südlich befinden sich die bei Touristen beliebten Ferienortlöcken und Blockhus. Die Geschäfte haben sich hier insbesondere auch an die deutschen Urlauber angepasst. So findet man deutlich mehr Indoor-Aktivitäten wie Bowlingbahnen, Diskotheken und so weiter als in anderen Landesteilen. In der Nähe von Blockhus befindet sich das. Broschüren und Karten Frederickshaven-Guiden 2014, Tourismusbroschüre von Frederickshaven, enthält einen Stadtplan, downloadbar, dänisch, englisch, deutsch. Top-Nav-Denmark, Tourismusbroschüre über die Region Wenzheißel, enthält Übersichtskarte und Stadtpläne, bestellbar, dänisch, englisch, deutsch. Zykelrouter in Nordjylland, Radwanderkarte für Nordjütland mit Übersichtskarte und sieben Detailkarten. Bestellbar für 95 DKR. Oder in Touristbüros erhältlich. Nordsustien, Vandring i Küstenskulturhistorie, Broschüre mit Karte über den Nordsee-Wanderweg. Bücher Frederickshaven-Kommune, 2009, Frederickshaven-Kommunatlas. Skanderborg, LL-Gruppen-AS. SBN, 978 87 991 13972. Buch mit Profilbeschreibung der Stadt. Dänisch, Englisch, Deutsch. Munk-Petersen, Hans, 1987, Körker i Frederickshaven-Kommunde. Aboog 1986. Frederickshaven, Bangsborg-Musik. Buch mit ausführlichen Beschreibungen der sehenswerten Kirchen von Frederickshaven. Illustriert. Glamann, Stehner, 2002, Innere i Frederickshaven. Frederickshaven, Tankengang AS. SBN, 978 87 98 411 338. Buch über berühmte Persönlichkeiten von Frederickshaven. Dänisch, Englisch, Deutsch.